Codefish ist ein niederländischer Zeichentrickfilm aus dem Jahr 2006. Der Film handelt vom tragischen Leben des Fußballers Rüth Rullit, der während der Fußball-Weltmeisterschaft feststellt, dass er eigentlich lieber Balletttänzerin sein möchte. In epischen 380 Minuten werden wir auf eine dramatische Reise ins Innenleben des Fußballidols mitgenommen. Und ich kann so viel verraten, es gibt ganz viel Fisch, schlechtes Bier und ganz viel Rrrr.